Salü Emil, Horisch, ich habe da etwas gehört, stimmt das? Ich habe scheinbar Masken gekriegt für das Dorf, und jetzt sind sie zu klein. Horisch, man schwundert es nicht mit eurer grossen Gosche. Große Gosche, die ganz knapp halten, und in eurem Dorf, was ist da passiert, scheiss Papier hat nicht gelangt mit eurer ganzen Arschlöscher.